Musik Herzlich Willkommen auf ROCKPIRAT TV Schön, dass ihr hier seid Heute waren wir in Mülsen, St. Niklas Eine wahnsinnig gute Party mit den Leuten gefeiert Es hat riesen Spaß gemacht Wir haben gebrannt, die Leute haben gebrannt Und nächste Woche geht es natürlich weiter Freitag, den 30. in? Gangloff-Semmern Und Samstag, den 31. Den alten, nee Ey, hast du mal drauf eingefallen Also den 1.12. in? In Hetschburg Und zwar spielen wir dort in einer Location namens Zwetschgenbaum oder Lindenbaum Oder wie auch immer Auf jeden Fall Wird's cool Kommt rum Viel Spaß descrição 6 reicht 1 3 2 2 2 2 4 1 3 2 3 4 2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020